Servus Leute, hör mal, was geht ab hier? Krauer ist wieder da und ich muss euch einfach mal sagen, es ist vorbei. Die Abstimmung ist beendet. Ich blende euch hier das Ergebnis rein. Dann werdet ihr sofort sehen, wer es ist. Also, es ist Kaiserslautern geworden. Ganz knapp mit 39 Votes zu Nürnberg mit 38. Ich habe nach 12 Uhr noch weiterlaufen lassen die Abstimmung, weil irgendwie tat sich da nichts. Bis irgendwann die 39 da standen, da habe ich gedacht, komm, machst du jetzt sofort das Video und Ende. Ich selber habe mich enthalten bei dieser Abstimmung, weil ich sehe das einfach nicht ein, da auch mit abzustimmen, weil es ist einfach dumm. Wir werden mit Kaiserslautern beginnen. Ich freue mich, dass am Betze ordentlich wieder brennt. Die Stimmung wird richtig geil sein. Wir werden da ordentlich durchstarten. Ich freue mich, dass ich in den nächsten Tagen dann auch anfangen kann. Und dann werden wir ordentlich rein starten. Ich wünsche euch schon mal viel Spaß dabei. Das wird einfach grandios. Ich sage nur, geballte Power vom Krauer wird es auch im Sega Manager geben. Also, wenn ihr mehr sehen wollt, abonniert mich, lasst einen Daumen hoch, Kommentare immer rein. Wenn ihr Vorfreude habt, wir hypen uns direkt los. Also, wir sehen uns im Sega Manager, Freunde. Haut rein. Tschüss. Tschüss.